Knapp, knapp. Komm schon. Jawohl, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Wir leben wieder. Oh, ich brauch Leben. Ich brauch Leben, ich brauch Leben, Leben, Leben. Wir sehen uns wieder, moron. Gut gemacht, Jimmy. Ja, großartig. Was für Zeit. Du bist okay, Russell? Ja? Ja, ich habe nie gesagt nichts über deine Mutter oder die Tiere. Du hast es gemacht? Nein, aber ich will, dass du zu stoppen, die schwach Kinder. Warum? Ah, weil es ein paar Kinder in diesem Ort braucht, und du gehst auf die paar, die nicht. Also ich will, dass du mich und ihn allein verlassen. Oh, okay. Sorry. Böse Russell. Böse Russell. Ganz böse Russell. Mit Russell pacifiert, könnte ich mich verpflichtet, für mich, dass meine Probleme in Bullworth übernommen wären. Aber dieses Ort ist ein rotter Öl. Peel auf eine stinkende Farbe, und da ist ein anderer, noch schmerziger. Was war das jetzt ein Fehler, die wir es zogen gemacht zu haben? Die Kapitel 2. Die Sprache auf der Straße ist, dass du etwas wie ein Pugilist bist. Nein, Herr, ich habe nie Pugilist in meinem Leben. Wirklich? Und dass du ein paar Sachen erzählst, über mich und ein paar Tiere in der Küche? Nein, das habe ich nie gesagt. Na, ich hörte Dinge, Hopkins. Du versuchst, dass du aus der Probleme bist. Jetzt gehst du den Kuchen in der Küche. Sie helfen dir, dass du etwas Humildes erzählst. Okay, Herr. Hey, Neukid. Du bist der Typ, der auf Russell hat. Also? Was ist das für dich? Hey, hörte. Wir lieben eine Box. Die noblen Kunst und so. Warum kommst du nach unserem Gym, in der alten Bullworth Vale? Wir sollten definitiv zusammenhängen. Ja, ich habe viele Dinge über dich gehört. Ja, egal. Okay. Okay? Ja, ich meinte es. War das der Fehler gewesen jetzt mit? Fancy a kiss? It would be nice, if you showed your interest in me, by presenting me with a gift of some kind. Hi. Hey, I'm Jimmy. I'm your type. Okay, ich habe wieder ablenken lassen. Was ich meine ist ganz einfach. Fallen für mich jetzt die Anarchose von damals? Oh, jetzt fallen die jetzt weg. Hi. Hi. Ich vermute mir, dass wir jetzt was wie Englisch oder so nicht mehr haben. Und jetzt neun Unterricht bekommen haben. Und so ein paar Sachen nicht mehr lernen können. Wenn das der Fall ist, wird das ganz schön traurig. Kunst zu rauchen. Doch nochmal Kunst? Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Juhu, nicht schwätzen. Machen wir nichts. Ich darf wieder ein Bild von dir ausmalen. So ein bisschen schwerer wieder. Ähm, Start. Ein bisschen schwerer ist gut. Ein bisschen schwerer ist gut. Oh, sie sieht ein bisschen anders aus. Aua. Die hat die Position verändert. Fack. Da war's noch eins. Scheiße. Eee. Der mit Sack. Stopp. Stopp. Da war gut. Da war gut. Da war gut. Da war gut. Hier hoch. Da war ganz drüber. Nein. Ich bin Kunst versagt. Ich bin Kunst versagt. So blöd es klingt. Aber wir haben... Wir, ich habe nicht Kunst versagt. Und ein Bier muss nichts ansehen. Da wollte ich zu viel, dank dem Stopp-Ding. So, alles gleich, folgt nochmal schnell. Willen doch mal küssen. Ah, ich hab's geschafft. Gibt's ja gar nicht, ich hab's geschafft. Werwolf-Maske. Nein, verstecken. Stopp. Stopp. Hast du noch Auftakt nochmal gekriegt? Nein, Masse. Hallo. Hab es gemacht. Wirklich nicht. Blau. Roten Schluss. Hallo. So. Mal gucken. Ich dachte, er hat bluten, was da so spinnt war. Das war nicht der Fall, leider. Komm. 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 Auf einmal klappt das noch zweimal. Los. Bitte. Hi. Ja, hallo. So. Das kippte Murmeln aus. So. Mal ganz schnell hier rufen. Ah, jetzt. Was gibt es? Was gibt es? Was gibt es? Schachtel prallieren. 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 Sprachpack. Komm. Komm. Ist das mal? Kiek. Dann lappetto. Langen稍. Schnell. Langen. Schnell. Schnell. Ne. Das wird nix. Nein. Nein. Dann lassen wir es sein. Ja. er guckt schon. Ich will er raus. Ich... Amish Board. Fällt her bei? Weil er fällt das Schildringer raus? stück herbe ich wollte schwänzen ich schwänze nicht ich war das unterrichte hier rum ich schwänze nein wegpacken lauf Jimmy lauf zack zack und hier rein 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 jetzt gehts ich mach es nur bereit die Jungs dann hier dein Bullsport huuuu wir legen das äh werfen wir alt springen in der Kaste fangen alt aus wechseln schützt sagt nur ein sagt nur zwei drei einfach da waren die anderen stärker rr 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 jimmy ist raus rr 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 ja die tasten wird klacken rr 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 rml rr rrr jimmy rbs ha лич ja Hallo Ich kann noch nicht abbrechen können Warum kommst du Spinne dran? Komm schon Komm her Komm schon hin Komm her Rechts Zack Würde man sich zerbrübeln Der ist weg Alter ein Duschen wieder Willst du ihn nicht gefangen werden? Dann hauen wir mal links und rechts und links die Schnauze hoch Hallo Und noch einmal Richtig schön Kinnhalten Und noch einmal Schönen So So Hier noch eine Cola Und jetzt knack mal Schloss Na komm Na komm Na komm Jung komm schon einmal noch Noch ein paar Pralinchen Ich möchte nur geküsst werden Du warst auch schon von wem Komm schon Komm schon Komm schon Ich weiß, du würdest es auch, Jim Komm Wir kriegen das hin Oh Jim, die kommen Oh Jetzt aber noch mal hier Mal links rechts links rechts hoch Bring doch Banditenmaske Banditenmaske Okay Hallo Zwei Wenn Jimmy komm ist Wir aus dem Blick gehen Was ist das? Ha Ha Ich bin Hogwarts Äh Ne Keine Ahnung Wir suchen eine Karte Ja Wir suchen Aber Wir lassen es mal Ich gehe mal so hin Ich gehe mal so aus Was ist dein spezieller Auftrag? Kann ja sein Wer weiß Ich finde Ich dachte, ich gehe schon nix falsch Aber war falsch Das ist Haar vielleicht in den Trans-Tron Äh Radotron B Erde 1 2 1 1 Ein bisschen Hilfe 2 Aha 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 3 4 4 4 5 4 5 6 6 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 Da hinten liegt die Rotarier. Das Dinja-Girl. Das Ding und sind da hier. So einen kleinen Nachkuss. Ne logisch. Ne. Ich hab doch nur Pralinen. Ich hab doch nur Pralinen. Ich hab nur Pralinchen. Hm. Wo krieg ich dann die anderen Sachen her? So. Erstmal ne Runde schlafen. Dann gucken was die Wolfsmaske und Banditenmaske ist. Und dann beim Unterricht. Hauptaugenmerkaufunterricht. Ups. Nein. Nein. Darsmaske. Nein. Fischwut. Ach die Scheiße. Kübeskopf. War nicht schlecht. Werberwollsmaske. Oh cool. Und Banditenmaske. Hier nehmen wir mit. Ich wollte eh was haben für den Kopf. Das hab ich jetzt gekostet. Nein. Ich hab mich allein... ...Jerk. Ich hab mich alleine wieder gerď. Weil das Ding wieder los ist. Vor allem die Schlag nicht hier so viel gerade. Da ist das Mädchen in Ruhe, Kollege. Weil die dann im Weg stand, habe ich sie auch getroffen. Wenn schon Jimmy die dünnen Blumen hochkriegt, dann muss er die Dicke mit dem... Piss dich! Piss dich! Hilfe! Hilfe! Unverregt! Und per Zufall nach oben! Ähm, Biologie! Auch Teil 4! Hier haben wir auch noch nicht. Einfach versagt, ne? Habe ich einen Hund diesmal? Das ist ein Bild auf einen Hund. Oh, ein Vogel. Ich dachte schon. Der Taube. Zack. 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 Wie er so viel hat, wo man hier auch hausen kann. Bestimmt, oder? Das sieht man genauso wie beim Frosch aus. Ich weiß nicht, ob wir es immer gleich machen. Das ist wie beim Fisch schon irgendwie. Ähm, was soll ich dann? Wie es doch anhört der Sound, ne? Ihr müsst mal... Und nicht, wenn ich hier aufklappe, mache ich mal meine Schnauze zu. Und hier... Ähm... Konzentriert euch auf dieses... Hört ihr das? Das wäre nicht eklig, oder? Zack. Hey. Dann wollt ihr haben... Das hier. Zack. Ganz einfach. Aber easy. Mach jetzt hier mein Problem fertig. Zack. Na. Komm schon. Und noch das hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die... Gaumagie? Was ist das? Mag mich hier aufklären? Also was wie... Da werden... Die Eier... Was macht aber wie? Kiesel? Hä? Keine Ahnung. Weil die nicht fremden. Ich sehe, das wäre irgendwas wie Gebärmutter, oder was. Aber ne. Hm. Einmal einen Schluck getrunken. Alien Outfit bekommen. So. Hi. Du brauchst Hilfe. Deine Ma. Bye. Algie, folgt ihr nicht mehr. Warum willst du mir nicht mehr folgen? Warum bin ich so nervös um die Mädchen? Hey, Frau. Hi. Hi. Heute scheint ich die Mädels abzutunnen. Das ist uncool. Algie, folgt ihr nicht. Das fühlte lustig. Komm mit. Das ist ja auch mitzumachen. Man darf nicht rennen, man darf gar nichts rennen. Oh, die würde auch nicht machen, wenn ich keinen Gag kriegen würde dafür. Siehste? Die Weite gerade, ich weiß nicht warum du das auf seinen Kopf streckst. Ich habe Unterwäsche auf meinem Kopf. Okay. Lässt du Algie? Ich weiß nicht, was es nur mitzumachen wird. Ich auch nicht, was mir noch nimmt. Der Blatt ist ja wichtig. Doppeltreffer. Jawohl. Jetzt hinschmeißen. Zack. komm Algi, schnell Algi, das ist beeilend ich will aus dem Unterricht Algi komm bei allem ist immer die gleichen Namen, die gleichen Charaktere, gleiches aussehen kann man eigentlich sämtlich schon gleich aussehen von da bis zu Spanien nicht anderen Namen geben das ist eigentlich so viel verlangt ja oder? so kein Problem, Digga, kein Problem uh, kein Unfallgebaut, krass ja, bring mich halt zum Unterricht ok, doch nicht ja, 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 ja so so, die Dings hier, die Ninja Maske, ja die Belieb Maske die nehmen wir gleich ab weil, so kommen wir an unsere Mädchen nicht ran ja, ja ja